Hallo und herzlich willkommen zur finalen Folge von Ein Psalm am Tag macht klug und stark. Heute betrachten wir Gottes Gnade und Treue im 117. Psalm. Ich lese dazu aus den sechs Übersetzungen, die im Laufe der Serie zum Einsatz gekommen sind. Neues Leben Bibel Lobt den Herrn, all ihr Völker. Lobt ihn, alle Menschen auf Erden, denn seine Gnade ist groß und seine Treue besteht für alle Zeit. Halleluja. Zürcher Bibel Lobt den Herrn, alle Völker. Preiset ihn, ihr Nationen, alle. Denn mächtig waltet über uns seine Güte und die Treue des Herrn bis in Ewigkeit. Halleluja. Mengeübersetzung Aufforderung an die Heiden zum Lobpreis Gottes Lobt den Herrn, ihr Heiden, alle. Preiset ihn, ihr Völker, alle. Denn machtvoll waltet über uns seine Gnade. Und die Treue des Herrn wehret ewiglich. Halleluja. Buber für Deutschung Preiset alle Weltstämme, ihn. Rühmt ihn, all ihr Nationen. Denn gewaltig ist über uns seine Huld. Seine Treue währt in Weltzeit. Preiset, o ihn. Lutherübersetzung Aufruf an die Völker zum Lob Gottes Lobt den Herrn, alle Heiden. Preiset ihn, alle Völker. Denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja. Und die Schlachterübersetzung Lobt den Herrn, alle Heiden. Preist ihn, alle Völker. Denn seine Gnade ist mächtig über uns. Und die Treue des Herrn wehrt ewig. Halleluja. Ein würdiger Abschluss für die letzte Folge der Psalmenreihe. Gott hat nicht nur sein auserwähltes Volk Israel im Blick, sondern jeden einzelnen Menschen auf der Welt. Und zwar hat er das noch vor Grundlegung der Welt beschlossen. Noch bevor irgendetwas geschaffen wurde, hat er beschlossen, alle Menschen retten zu wollen. Und nicht umsonst heißt er Jahwe, ich bin, der ich bin. Oder, anders gesagt, der Ewige, der Unwandelbare. Gott ist von Anfang an so wie er ist. Und er ist auch heute noch so. Und er wird auch in Zukunft so sein und bleiben. Er hat es beschlossen, sich den Menschen gegenüber als gnädig und treu zu zeigen. Der Brief des Paulus an die Römer beschreibt in weiten Passagen genau diese Treue und Gnade den Heiden gegenüber. Lob und Preis sollen sie, sollen wir ihm dafür bringen. Das macht aber wirklich erst dann Sinn, wenn man das voller Überzeugung und von Herzen tun kann. Ansonsten ist es Heuchelei oder einfach nur dahergesagt. Klar, das kann natürlich nur jemand tun, der Jesus und Gott als seinen Erlöser und Herr erkannt und angenommen hat. Und genau davon spricht der heutige Psalm. Die Gnade des Herrn waltet über uns, über jedem Menschen, über der ganzen Welt. Und so ist sie auch für jeden verfügbar und erlebbar. Aber sie ist zeitlich begrenzt. Es kommt irgendwann im Leben eines Menschen, eines jeden Menschen, der Punkt. Da es nicht mehr möglich ist, sich zu Gott zu bekehren. Bei den meisten wird das auf den Zeitpunkt des leiblichen Todes fallen. Andere, wie zum Beispiel der Pharao, der das Volk Israel nicht ziehen lassen wollte, musste, nachdem er mehrere Chancen hatte, sich zu bekehren, erfahren, dass Gott sein Herz auch verhärtet. Bekehrung war an diesem Punkt nicht mehr möglich. Er hat so viele Chancen gehabt, umzukehren, das Richtige zu tun. Aber er hat es nicht gewollt. Und an diesem Punkt hat Gott ihm dann wirklich auch die Gnade verwehrt. Und das tatsächlich zu Lebzeiten. Es gibt also Punkte im Leben von Menschen, wo es während Lebzeiten nicht mehr möglich ist, sich zu bekehren. Was sich aber definitiv nicht ändert, das ist Gottes Treue zu den Menschen. Nicht umsonst hat sich Jesus in Liebe und Gnade in die Welt aufgemacht, um alle Menschen, die wollen, zu retten. Und ihnen so seine Liebe und Treue zu beweisen. Ja, es ist tatsächlich ein Beweis seiner Liebe. Und trotz aller menschlichen Bemühungen, dieses Verhältnis zwischen Mensch und Gott zu zerstören, ist er in die Welt gekommen, um für die Sünden des einzelnen Menschen zu sterben, damit wir vor Gott gerecht sein können, damit wir vor Gott gerechtfertigt sind. Denn was Gott verspricht, das wird er auch halten. Und so spricht es auch Paulus, seinem Ziehsohn Timotheus, zu. Wo wir Menschen untreu sind. Da bleibt Gott treu. Denn er kann gar nicht anders. Er ist treu. Er kann nicht aus seiner Haut. So wie er seinen Charakter darstellt, so wie er ist, so kann er auch nur handeln. Und er hat auch durch viele Prophetien, die erfüllt wurden, bewiesen, dass er im Leben von Menschen zeigt, auch heute noch, dass er wirklich handelt. Und wenn du das annehmen willst und erkennen willst, dann handelt er auch in deinem Leben. Wenn du also Gottes Rufen hörst, dann lass dich auf ihn ein, bevor es zu spät ist, bevor die Gnade in deinem Leben nicht mehr zur Entfaltung kommen kann. Lass dich doch heute von seiner Treue überzeugen, denn was hast du schon zu verlieren? Wir Menschen sind alle verdammt. Wir sind alle Sünder. Und letztendlich erwartet uns wirklich die ewige Verdammnis. Das, was man landläufig als Hölle bezeichnet. Aber durch dieses Geschenk Jesu, das wir annehmen können oder nicht, haben wir die Möglichkeit, vor Gott zu kommen und dort auch zu bestehen, durch das Opfer, das Jesus für uns vollbracht hat. Er steht zu dir, er steht zu mir, er steht zu allen Menschen, die das annehmen. Auch wenn sie ihn bisher ignoriert oder auch verachtet haben. Und wenn du spürst, dass das bei dir der Fall ist, dann lass dich heute auf die Treue Gottes ein. Nimm das an, dass Jesus für dich gestorben ist. Treu. Treu ist der Herr und gnädig. Und so wird er auch treu bis in Ewigkeit sein. Amen. Halleluja. Das waren 150 Folgen zu den 150 Psalmen der Bibel. Aber es gibt noch eine letzte Folge, denn was schief gehen kann, das geht auch schief. Und so habe ich ein Video erstellt mit allen Outtakes und allen Versprechern und sonstigen lustigen Szenen und Pannen, die normalerweise in einem Video nicht erscheinen. Viel Spaß damit und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Bis dahin, mach's gut, wir sehen uns. Ciao.